Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Omoton Rucksack, Diebstahl sicherer Schicht, sicher für, der Laptop, großartiges Company für Geschäftsreise und Reisen, mit hoher Kapazität, multifunktional Rucksack. Platzgrau suchte ein Rucksack für meine Reisen, da ich schnell dazu neige Rückenschmerzen zu bekommen und ein normaler Rucksack einfach nicht tragen will, suchte ich mir genau den hier aus. Der Vorteil bei diesem ist ja, dass er gepolstert ist am Rücken und man ihn kaum merkt. Selbst wenn kantige Sachen drin sind, ist es alles viel leichter zu tragen. Der Rucksack hat mehrere Fächer, die getrennt sind und Platz für ein Laptop oder iPad in extrasicherem Fach. Es ist sogar Diebstahl gesichert mit ein Extragurt. Die Verarbeitung ist exakt und genau. Die Farbe ist modisch, finde auch, dass es auch praktisch wäre für die Schule. Das Grau ist eher ein Unisex. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.